Willkommen bei Brock. Sie fragen sich bestimmt, wer wir sind und was wir hier eigentlich machen. Wir bei Brock Care Technik stehen seit über 30 Jahren für Innovation, Kompetenz und Qualität in der Herstellung von Groß- und Kompaktkehrmaschinen für die unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten. Unsere hochmoderne Fertigung und zukunftsorientierte Unternehmenszentrale befindet sich im Herzen des Ruhrgebiets, in Bochum. Wir sind Feuer und Flamme für die speziellen Anforderungen an unsere saugstarken Caremaschinen. Wir haben eine hohe Fertigungstiefe und stellen unseren Kunden schon in der Konstruktionsphase mit unserem Baukastensystem in den Vordergrund. Wir denken sogar schon an Übermorgen und deshalb liegt uns der Brock-Nachwuchs sowie die nachhaltige und emissionsfreie Stadtreinigung mittels vollelektrischer Lösungen am Herzen. Unsere Spezial-Caremaschinen finden ihren Einsatz im Baustellenbereich, in der Kommune, auf Flughäfen und Gleisanlagen. Durch unser Team und den rund 180 Mitarbeitern sind wir in der Lage, unser hohes Innovationslevel zu halten und in unserer Branche Vorreiter zu sein. Wir sind Brock.